Musik Hm, ist ja gerade die Tür zugefallen? Ist ja gerade jemand rausgegangen? Mama, das war Hannah, die musste doch zu Playmobil's Next Top Model Kids! Komisch, aber warum sagt sie mir denn nicht Tschüss, so wie sonst auch? Ach Mama, denk nicht so viel darüber nach, sie musste schnell los, sonst wäre sie zu spät gekommen! Oh Mann, hoffentlich sieht mich keiner auf der Straße! Wie peinlich, dass ich aussehe wie Julian! Zum Glück ist es nicht so weit, also noch ein paar Minuten gehen, dann bin ich schon da! Aber was ich dann mache, wenn ich da bin, weiß ich auch noch nicht, das werden die mir doch überhaupt nicht abnehmen, oder was soll ich denen denn sagen? Oh nein, oh nein! Julius, der wird mich sofort erkennen, ich muss mich ganz schnell verstecken! Ich werde mich einfach schnell hier zwischen den Autos verstecken, ich hoffe, er hat mich nicht gesehen! Oh, das wäre total blöd! Hä? War das nicht gerade Julian da hinten? Hey, Julian! Julian? Hey, was machst du denn hier zwischen den Autos? Hm, ich hätte schwören können, dass er sich hier versteckt oder so! Wo ist er denn jetzt hin? Oh Mensch, Julian, jetzt lass den Quatsch! Versteckst du dich hier irgendwo? Hey! Hm, ich kann ihn nicht sehen! Julian, jetzt komm doch endlich raus! Oh Mann, ich hab keinen Lust, dich zu suchen! Was soll denn der Quatsch? Hm, Julian ist wie vom Erdboden verschluckt! Habe ich mir das doch vielleicht eingebildet? Hm, nee, da hinten ist er doch! Julian! Ich fahr jetzt schnell hinterher, der kann doch nicht einfach abhauen, hey! Wow, gerade noch mal gut gegangen, ich hab Julius abgehängt! Oh Mensch, Julian, jetzt bleib doch endlich mal stehen! Warum läufst du weg? Ah! Ah, 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 Julius! Hallo, Julius! Oh Mensch, Julian, warum machst du sowas? Ich dachte, wir sind Freunde und warum bist du nicht im Skatecamp? Ich dachte noch die ganze Woche! Äh, ja, also Julian ist auch im Skatecamp! Wie meinst du das? Du stehst doch direkt vor mir! Und Julian, was ist eigentlich mit deiner Stimme los? Bist du heiser? Oh nein, Julius! Also ich bin nicht Julian! Ich seh zwar so aus, aber ich bin Hannah! Oh Mensch, Julian, jetzt lass den Quatsch! Erst versteckst du dich vor mir und jetzt tust du auch noch so, als wenn du nicht Julian wärst? Was soll denn der Blödsinn? Bist du krank? Hast du Fieber? Ich muss jetzt auch schnell weiter! Ich hab keine Zeit, Julius! Äh, dann bis bald! Kannst du ja mal anrufen! Ja, ja, ich werd das Julian ausrichten! Mach ich! Tschüss! Ach man, wie blöd! Musste ich ausgerechnet Julius treffen? Und, ach man, jetzt bin ich hoffentlich nicht gleich da! Och, auch das noch! Mia, was soll ich denn jetzt machen? Ah, hinter mir ist ein Busch! Hauptsache, die sieht mich jetzt nicht! Sonst ist echt das Chaos perfekt! Ich hab zwei Euro! Ich kann mir davon ein Eis kaufen! Oh Mia, will sich wohl ein Eis kaufen? Ach, zum Glück hat sie mich nicht gesehen! Gerade noch mal gut gegangen! Jetzt bin ich aber auch echt schon spät dran! Jetzt muss ich ganz, ganz schnell los! Sonst klappt das alles gar nicht mehr! Komisch, wo bleibt eigentlich Hannah? Weißt du was, Pia? Ne, ich hab nichts von ihr gehört, aber normalerweise ist sie immer sehr pünktlich! Also, die Show geht eigentlich gleich los! Also, wo ist denn die Hannah? Also, das ist nun wirklich kein professionelles Verhalten! Zu spät kommen bei so einer wichtigen Sendung? Oh, und da sind sie schon alle und warten auf mich! Was mach ich denn jetzt? Ach, wie blöd, dass ich aussehe wie Julian! Kann ich nicht einfach wieder aussehen wie Hannah? Äh, hallo? Hallo? Oh, wir haben Besuch von einem jungen Herrn! Ähm, hallo, wer bist du denn? Äh, Julian, was machst du denn hier? Ich dachte, du bist im Skatecamp! Wo ist Hannah? Die muss endlich kommen! Äh, Pia, ich bin's, Hannah! Ich seh nur aus wie Julian! Was? Lange Geschichte! Ich weiß auch nicht, was ich machen soll! Ich werd jetzt einfach sagen, dass Hannah krank ist! Hannah, das gibt's doch nicht! Wie konnte das passieren? Warum siehst du jetzt aus wie Julian? Hallo, Gabi! Äh, also, Hannah ist leider heute krank! Und wer bist du? Ich bin Hannas Bruder! Julian! Und du bist jetzt extra hierher gekommen, um mir das zu sagen? Ja, genau, ich wollte Bescheid sagen! Also, Hannah tut es sehr, sehr leid! Sie würde so gerne heute kommen! Na gut! Ich hoffe, das ist jetzt kein Problem! Und Hannah kann weiter bei Playmobil's Next Topmodel dabei bleiben! Nun ja, also das leider nicht! Wer heute nicht dabei ist, der fliegt leider raus! Nein, ich will nicht rausfliegen! Nein! Nein! Nein, ich will nicht rausfliegen! Ich will bei Playmobil's Next Topmodel bleiben! Oh, oh, oh! Hä? Wo bin ich denn? Oh! Oh Mann, ich glaub, das war nur ein Traum! Oh, ja, ich bin in Julians Zimmer! Das war nur ein Albtraum! Ich werde nie wieder hier schlafen! Nie, nie, nie wieder! Mann, bin ich froh! Oh, stellt euch vor, ich würde aussehen wie Julian! Das wäre einfach der Horror! Ab jetzt werde ich auf jeden Fall wieder in meinem eigenen Zimmer schlafen! Boah, das war wirklich eine richtige, richtige Horrorvorstellung! Ich hätte nicht mehr bei Playmobil's Next Topmodel mitmachen können! Ah, apropos, ich muss mich schnell fertig machen! Gleich ist die Sendung! 000 Pues wenn du mir eine hunting-factory zu haben, Dieses Benjaminuch hat einen Song-Kartier-Kartier-Kartier-Kartier-Kartier-Kartier-Kartier-Kartier-Kartier-Kartier-Kartier-Kartier-Kartier-Kartierkartier! Vielen Dank.